Ich bin geschockt. Ja, kann ich jetzt mal den Fuß lutschen bitte? Mach mal bitte das Fenster zu. Es ist arschkalt. Raub ist jetzt haus. Gebt mir den Rauch zu, geht dann immer auf. Leute, jetzt wird hier der Fuß gelutscht. Ich geb euch gar nicht mehr, ich hab heute noch was vor. Gibt mir irgendwas an der Andraufkammer, irgendwas lustiges. Ich kann irgendwas verbrennen. Ich kann den Fuß wärmen mit meinem Ranzmaul. Schlag mal was vor. Danke Martin für die weiteren 5 Euro. Oh Mann, was kann ich denn für 100 Euro machen? Mein Fuß lutschen, während ich den Fuß meiner Freundin lutsche. Oh Junge, nee. Nee, das wird zu wenig. Tut mir leid, aber das ist zu hart. Wenn wir das auf vorne hochladen, hast du eine Ahnung? Aber dann darf ich den Feuer mit Sacrotan einsprühen. Mit Sacrotan? Ja, hier mit dem Hygienereiniger. Ja, darfst du machen. Gut, dann reinige ich den Fuß vorher. Ich lutsche den Fuß des Schenders für 100 Euro. 20 Sekunden lang. 20? 20. 30 Kalle für die 22. Ok, ok. Das ist ein Deal. Du fängst uns vorher mit Sacrotan ein. Alter. Alter. Junge, Max, ich hör mir, du wirst wirklich besorgen. Ja, ich bin... Ja, ich darf es wollen. Aber während ich den Fuß vom Scheißi lutsche. ich tue es für mich jungen max du hast die 100 euro bekommen jawohl du kannst es doch direkt bei das ist mir scheiß egal was habt ihr damit gewaschen ist es mir egal ich verstehe klickt das mal bitte an die 100 euro kriegt doch mal die 100 euro kriegt man so okay so der herr kreis hat mich jetzt gefragt was ich für 100 euro so machen würde und wir haben uns darauf geeinigt dass ich dafür seinen fuß lutschen werde ich möchte es nicht okay ich möchte es wirklich ja aber das ist mein ich denke das werden andere hochladen erzählen was darüber ich weiß nicht ich habe selber noch nie den fuß bekommen das ist echt heftig was ich jetzt erleben werde ja ich glaube ich habe schon mal so was hätte ich mir gemerkt ich habe den jungen naja kannst du den fuß ausziehen ich möchte ihn reinigen und dann lutschen lieber noch ein schluck hier weil ich das glas war noch das ist ja das ist ja ich bin schon richtig so leute keine so wie es google play gut habe ich weiß man kann mir nicht anders spenden also die spenden die an mich gehen die kann man nicht zurückziehen dass ich vertraue ich schon und dankeschön das wirst du gleich unterhalten so wie der rest hier ich kotze ich will mich davor noch mal bei allen kanälen bedanken die den ganzen mist immer wie uploaden das ist einfach traumhaft so aber wisst du was das schlimmste ist dass dieser wichse hier sich nicht die scheiß kratze schneiden dass das macht nichts so aus von wütend ok in fünf minuten bin ich so besoffen ich sauf dann noch ein mixer und dann war es das ist ja erst viertel neun und ich bin schon wieder raus ganz traurig zeigen oder willst du ich kann filmen ich stehe schon ich bin bereit ausschließt ja ich habe ich nicht schon jetzt ist nicht ja ich muss den erst mal reinigen der flug wurde letztes ich finde das ist mir scheiß egal wie sich das ausdrücken ich habe ich weiß nicht wo grüße aus malta martin grüße raus an alle online-casinos kannst du nicht mal kurz deine maske aufsetzen der mietige ranzus hast du warst ja schon durch ja ja mietige scheiße aber heute früh um fünf ich wollte den ganzen tag auf arbeit ich hatte arbeitsschutz schuhe an ich mache ja das reicht das ist mir egal lieber beißen gestanden ist eine fußkarte absolut weg die kamera ich bin sehr großer fußfreund auch noch ein frauen in denen ich auch momentan stecke jetzt film so also wir haben jetzt 100 euro bekommen also der max damit mein fuß lutscht und als ihr vorn habt lutsche ich dann dessen den fuß von der ehrendame so geht los mach das bitte ein insta story ja geh kotzen dann geht mir das auf rein kauf mir mal steck mit schatz halt mal mein rock runter man sieht nichts wo ist meine socke ich habe den fuß ich habe den fuß wirklich verköstigt ich möchte dass ich schneide das mit absichten möchte dass jemand sieht wieso es wird jungen fikt nicht auf 150 euro kann man das schon mal machen